hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal blue frame video mal wieder ich habe mir eine neue fernsteuerung für meine canon 5d mark 3 besorgt und zwar kann man ja keine zeitraffer aufnahmen mit erkennen machen das wollte ich aber gerne und da gibt es eine funk fernsteuerung ich in einem gesonderten video noch mal vorstelle weil die einstellung da relativ unübersichtlich kompliziert gemacht worden sind aber es funktioniert einwandfrei ich habe mich also mitten in der nacht auf ein freies feld gestellt und habe mal sterne fotografiert den sternenhimmel habe circa 200 fotos gemacht und wollte jetzt mal sehen kann man daraus ein kleines kurzvideo erstellen oder nicht funktioniert das vielleicht fliegen noch ein paar flugzeuge durch das sieht immer interessant aus und ob das was geworden ist das zeige ich euch jetzt viel spaß dabei wenn euch das kurze video gefallen hat könnte man daumen nach oben geben oder im besten fall hier unten noch abonnieren es kommt immer mal wieder was neues sind 280 videos auf meinem kanal hier ist also immer was los neuerdings gibt es mich auch auf instagram zu sehen und auf facebook auch unter blue frame video suchen da wird immer alles neue was ich mache angekündigt könnt ihr vielleicht ja auch mal abonnieren oder so viel spaß